Ein Wort, ein Wort so schwer und tragend wie dessen Bedeutung. Ist es das Gewicht eines Wortes, das Gewicht eines Versprechens, das Gewicht einer Verantwortung? Eines wird deutlich, es besitzt Wert. Und dieser Wert ist das Leitbild und der Antrieb einer ganzen Mannschaft. Einer Gruppe von Teamplayern, Strategen, Tüftlern, Querdenkern und Perfektionisten. Und so unterschiedlich die Charaktere sein mögen, es gibt eine Sache, in der sind alle vereint. Im Takt der Bewegung, im Element der Full-Service-Schwerlast-Logistik. Seit jeher vertrauen unsere Kunden auf die Zuverlässigkeit, die mit der Vorbereitung beginnt und sich durch alle Maßnahmen bewegt. Unsere Erfahrung ist branchenübergreifend abrufbar und dabei stets verbunden mit unserer Tradition. Wie ist das? flawstee Strategen und Bedürfende? Die zukunftsweisende Kran- und Hebetechnik ist unser Fachgebiet und täglicher Mittelpunkt. Mit Mobil-, Spezial- und Raupenkranen bieten wir dabei Lösungen. Lösungen maßgeschneidert für alle Herausforderungen der Schwerlastlogistik. Vom sperrigen Transportgut bis zum Windrad. Immer sicher im Umgang mit Massen, Höhenmetern und den Elementen der Natur. Wir sind vorbereitet. Wir sind da, wo Ihre Last liegt. Mit einsatzbewährtem Know-how und einer leistungsstarken Flotte koordinieren wir täglich anspruchsvolle Güter millimetergenau an Ihr Ziel. Das ist unsere prägende Kraft, unser Versprechen in allen Disziplinen. Doch bei allem Fortschritt, bei aller Tradition, bei allen technischen Möglichkeiten, es gibt einen Ursprung dieser Kraft. Sie sind es, die den Anforderungen mit Verantwortung entgegentreten. Die ohne viele Worte über das Notwendige hinausgehen. Die ihren Teil der Last tragen, egal wie schwer es manchmal werden kann. Denn Sie sind es, die schwer in Ordnung sind. Denn Sie sind es, die schwer in Ordnung sind. Denn Sie sind es, die schwer in Ordnung sind.